Der Adapterbolzen wird anstelle der Gewindesäule am Montagepfosten SSP montiert. Dazu schrauben Sie die Multilochplatte von der Gewindesäule ab und setzen den Adapterbolzen mit seinem M10-Gewinde in der Mitte der Multilochplatte ein. Der Adapterbolzen selbst hat eine M8-Gewindebohrung, in die eine Sterngriffschraube zur Fixierung eingesetzt werden kann. So können Sie flache Werkstücke flächennah auf dem Multifunktionstisch Pro mit einem Schnellspanner fixieren.